Ein ungewohntes Bild. Ohne dass neben ihm die aufgerüschte und fröhliche Theresia stand, strahlte der Filmemacher ganz alleine beim ASPR-IA-Jubiläum in die Kamera. Eine Erfahrung, die der 58-Jährigen offenbar schon lange nicht mehr gemacht hat. Nichtsdestotrotz hatte er wohl einen grandiosen Abend und eine besondere Erkenntnis. Zu zwei Fotos von sich auf der Veranstaltung schrieb er auf Instagram. Seit gestern lebe ich nach einem für mich neu entdeckten Mantra. Schau nie zurück, sondern nur nach vorn. Möchte der neue Single entsprechend keinen Gedanken mehr an seine alte Liebe und noch Ehefrau verschwenden? Erst vor rund zwei Wochen gaben die Eheleute auf Instagram ihre Trennung bekannt. Eine Entscheidung, die uns nach sieben wunderschönen, gemeinsamen Jahren nicht leicht gefallen ist, schrieb Theresia zu einem Foto, das die beiden strahlend im Sonnenblumenfeld zeigt. Sie wollten nun getrennte Wege gehen. Gründe für den Schritt behielten sie für sich. Das sei privat. Sollte das aus der Beziehung den 58-Jährigen noch belasten, so sieht man es ihm zumindest auf den Fotos nicht an. Überzeugt zeigt er sein Zahnpasta-Lächel, von etwaigen Sorgen falten keine Spur. Darauf scheint der 58-Jährige Wert zu legen. So betonte und freute sich Thomas Behrendt in seinem Post darüber, dass ASPRIA-Ketteninhaber Brian Morris während des Events zu ihm gesagt habe, dass er gut aussehe. Anschließend habe sich ein intensives Gespräch mit dem charmanten Gentleman aus London entwickelt. Offenbar ein voller Erfolg für den Hamburger.